Was hält unsere Gesellschaft zusammen, ist der Titel einer gemeinsamen Reihe der Zeitstiftung und dem Holzbrinkforum. Normalerweise finden unsere Veranstaltungen in Berlin in der Kalkscheune statt. Das ist zurzeit wegen der globalen Corona-Pandemie nicht möglich. Deswegen haben wir viele Referentinnen und Referenten der Vergangenheit gefragt, wie sie die aktuelle Krise beurteilen und ihnen dazu drei Fragen gestellt, die sie auf unserem YouTube-Channel sehen können. Für uns als Zeitstiftung oder überhaupt als eine Stiftung setzen wir uns sehr für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, für Demokratieförderung, für viele Themen, die die Menschen bewegen. Wir wollen keine gespaltene Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass unsere Demokratie gefährdet wird. Wir setzen uns ein für das Allgemeinwohl und das werden wir auch in Zukunft tun. Und wir wollen auch diese Reihe gemeinsam mit dem Holzbrinkforum fortsetzen und freuen uns darauf, wenn wir auch wieder physisch uns in Berlin treffen können und gemeinsam mit ihnen diskutieren. Und wir wollen nicht, dass unsere Demokratie gefährdet wird.